Apple hat gerade seinen September 2021 Event abgehalten und es wurden einige Neuerungen vorgestellt, die ich euch kurz und knackig hier in diesem Video gerne vorstellen möchte. Los ging's mit neuen iPads. Entgegen aller Erwartungen und Hoffnungen kam ein neues iPad, ohne Air, ohne Mini, ohne Pro, einfach ein neues iPad, welches nun einen A13 Bionic Prozessor hat und das iPad soll allgemein dreimal schneller als beispielsweise ein Chromebook sein. Wir haben eine neue Frontkamera und zwar eine 12 Megapixel Ultra Wide Camera, welche nun also auch Center Stage unterstützt. Das bedeutet im Klaren, wenn ihr zum Beispiel FaceTimed, dann verfolgt euch die Kamera, wenn ihr euch im Bild bewegt und das funktioniert auch bei anderen Apps, wie zum Beispiel TikTok. Das iPad unterstützt jetzt verschiedenste Apple Keyboards und auch den Apple Pencil der ersten Generation. Den könnt ihr zwar leider nicht ranklippen, aber ihr könnt diesen eben jetzt auch mit dem neuen iPad benutzen. Preislich geht's bei 329 Dollar los für 64, statt wie es bisher war 32 Gigabyte. Ihr habt jetzt 64 und also so doppelt so viel Speicher, den ihr für Fotos, Videos und so weiter verwenden könnt. Interessanter war aber auf jeden Fall das iPad Mini. Das kommt jetzt in einem komplett neuen Design, welches sehr stark dem das iPad Air ähnelt. Wir haben auch den Touch ID Sensor in den Power Button mit eingebaut und das iPad Mini hat jetzt ein 8,3 Zoll Liquid Retina Display. Neue Farben gibt es auch und zwar Purple Pink Starlight, welches im Grunde Silber ist und Space Grau. Durch den A15 Bionic Prozessor, welcher jetzt in dem iPad Mini hier eingebaut ist, auch ein komplett neuer Prozessor, habt ihr eine 40% schnellere CPU und eine 80% schnellere GPU und das sollte auch einige von euch freuen. Wir haben nun den neuen USB-C oder das heißt neu. Wir haben jetzt einen USB-C Anschluss und keinen Lightning Anschluss mehr, was also schnellere Datenübertragungen und allgemein viel mehr Anschlussmöglichkeiten bietet. 5G ist natürlich jetzt auch mit am Start und wir haben eine 12 Megapixel Kamera mit einer f1.8 Blende sowie ein True Tone Blitz. Auch die Frontkamera dieses iPad unterstützt natürlich Center Stage, hat also somit Ultra Wide 12 Megapixel. Alle Knöpfe sind oben, das ist mir noch aufgefallen, also auch die Lautstärkeregelung. Preislich geht es bei 499 Dollar hier los, ist gar nicht so günstig, aber ihr könnt auch den Apple Pencil der zweiten Generation an das iPad Mini ranklippen, welcher lustigerweise fast genauso groß ist wie das iPad selbst. Die Apple Watch geht nun in die Series 7 und bekommt entgegen aller Erwartungen nicht das kantige Design, auf das viele gehofft bzw. gewartet haben. Das Design ist nahezu gleich geblieben, allerdings haben wir jetzt deutlich dünnere Ränder auf der Vorderseite, was also ein größeres Display und allgemein ein deutlich futuristisches Design ermöglicht. Das Display ist ganze 70% heller und das Glas ist bruchgeschützt. Neue Watch faces sind natürlich auch am Start und eine IPX7 Zertifizierung lässt euch hier auf jeden Fall nicht im Stich. Wenn ihr eure Apple Watch laden möchtet, dann könnt ihr das nun 33% schneller machen und ihr habt die Auswahl zwischen 5 verschiedenen Farben im Aluminium-Finish, 3 Farben beim Edelstahl und 2 Farben in Titan, was mir sehr gut gefällt, vor allem das silberne Titan sieht bei der Apple Watch Series 7 sehr, sehr nice aus. Bei 399 Dollar geht es hier los und Fitness Plus möchte ich auch noch kurz ansprechen, denn dies wird jetzt bald in Deutschland verfügbar sein. Da werden sich einige Fitness Freaks unter euch freuen, die gerne ihr Workout von zu Hause aus machen. Mein Highlight des Arms waren aber die neuen iPhones, so ist es eigentlich jedes Jahr bei mir. Es gibt neue und zwar das iPhone 13 und das iPhone 13 Pro, beziehungsweise noch das 13 Mini und das 13 Pro Max. Das iPhone 13 hat eine Dual-Kamera, welche nun schräg gegenüber angeordnet ist und endlich, endlich nach vielen Jahren eine schmalere Notch, die so zustande kommt, dass die Hörmuschel eben jetzt ganz oben an den Rand gewandert ist. Das iPhone 13 Mini kommt auch, auch wenn viele dachten, es wird jetzt abgeschafft. Wahrscheinlich das iPhone 14 wird nicht mehr als Mini-Version kommen, das 13 tut es aber noch. Und beide iPhone 13 haben jetzt nun ein 28% helleres Display und auch den neuen A15 Bionic Prozessor eingebaut, welcher 6 Kerne CPU hat und 4 Kerne bei der GPU. Die Dual-Kamera hat eine 12 Megapixel Wide-Kamera mit einem größeren Sensor und 50% hellere Nachtfotos, da der Sensor eben nochmal deutlich mehr Licht mit einfängt. Und wir haben dann noch eine 12 Megapixel Ultra-Wide-Kamera auf der Rückseite. Neues Feature bei der Videofunktion ist der Cinematic Mode. Ihr habt nun einen Portrait-Modus für Videos, welcher automatisch Unschärfe erkennen kann. Das bedeutet, jemand läuft ins Bild rein, das iPhone stellt die Schärfe auf die Person. Wenn die Person sich umdreht und etwas angucken möchte, dann erkennt das das iPhone und stellt automatisch seine Schärfe eben auf das angeschaute Objekt, was die Person eben anguckt. Ihr könnt das sowohl automatisch machen, was in der Preview bei dem Event sehr gut aussah, oder natürlich auch manuell. 4K 60 HDR ist nun in Dolby Vision möglich und trotz dieser deutlich besseren Leistung habt ihr nochmal eine bessere Batterielaufzeit. Das iPhone 13 mini kann nun bis zu anderthalb Stunden länger halten und das iPhone 13 zweieinhalb Stunden. Preislich startet ihr bei dem iPhone 13 mini bei 699 Dollar und bei dem iPhone 13 mit 799 Dollar. Wir gehen jetzt bei 128 Gigabyte los, nicht mehr bei 64 und ihr könnt bis zu 512 Gigabyte in eurem neuen iPhone 13 mitnehmen. Jetzt kommen wir aber zu dem iPhone 13 Pro, zu dem ihr auch viele Videos hier auf meinem Kanal sehen werdet, denn ich bin wieder absolut geflasht. Es macht dem Namen Pro mal wieder alle Ehre und vor allem die neue Farbe gefällt mir richtig gut. Wir haben jetzt ein Sierra Blue, welches nicht mehr so stark blau ist wie das vom iPhone 12 Pro. Nein, es ist jetzt mehr so ein Babyblau und die Farbe hat es mir wirklich angetan und ich glaube die Farbe, die wird auch hier bei mir zu Hause landen. Wir haben natürlich hier auch den A15 Bionic Prozessor eingebaut und ein Super Retina XDR Display mit ProMotion. Bedeutet, wir haben jetzt endlich 120 Hertz in den Pro Modellen der neuesten iPhone Generation eingebaut und das ist ein Adaptive ProMotion. Bedeutet also, wenn ihr jetzt beispielsweise Bilder anschaut und diese nicht bewegen, dann skaliert das iPhone eben runter und benutzt nicht die 120 Hertz. Wenn ihr Bewegungen drin habt, dann hat es 120 Hertz, gerade bei Spielen, Filmen und so weiter ist das eine sehr gute Sache. Ihr spart Akku und allgemein die Technologie dahinter ist sehr interessant. Die Ultra Wide Kamera kann nun bis zu 92% besseres Low Light einfangen. Wir haben eine Makro Kamera eingebaut in der Ultra Wide Kamera, was bedeutet, dass wir jetzt extreme Nahaufnahmen machen können. Die Wide Kamera kann bis zu 2,2 mal mehr Low Light einfangen und die Bilder, die uns dort gezeigt wurden, die waren wirklich absolut beeindruckend. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich die Kamera im Alltag schlagen wird, denn die ist auch deutlich größer geworden. Der optische Zoom ist jetzt dreifach vorhanden und alle Kameras, nicht mehr nur ein paar von denen, haben jetzt den Night Mode drin. Es wurden auch Videos gezeigt und die Videos sahen auch einfach extrem beeindruckend aus. Leute, ich bin einfach sehr geflasht und freue mich sehr, sehr doll darauf, die neuen Kameras des iPhone 13 Pro auch für euch hier zu testen. Auch die Batterie des iPhone 13 Pro wurde nochmals verbessert bei dem normalen 1,5 Stunden und bei dem Pro Max 2,5 Stunden. Und anscheinend ist es auch so, dass die Kameras jetzt nun bei dem normalen und bei dem Max gleich sind. Es war ja so bei dem 12er Modell, dass das Pro Max nochmal eine bessere Kamera als das normale Pro hatte. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass die Kameras in beiden Pro Modellen gleich sind. 30 geht ihr bei dem iPhone 13 Pro mit 999 Dollar ins Rennen und bei dem Pro Max mit 1099 Dollar. Preise sind natürlich immer in Dollar genannt, aber ungefähr so ist es auch in Euro, könnt ihr immer ungefähr so ein Fuffi raufrechnen. Wenn ihr nochmal mehr Speicher braucht, könnt ihr den jetzt haben. 1TB geht beim iPhone 13 Pro. Das ist also eine ganze Menge. Vorbestellen könnt ihr das ab Freitag, verfügbar ist es dann ab dem 24. September. Das gilt für alle iPhones und läutet auch das Ende meines Videos ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch dieses Jahr für Apple-Produkte noch kaufen möchtet. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das neue iPhone 13 Pro. Freut euch auf die Videos hier auf meinem Kanal. Abonniert meinen Kanal schon mal, damit ihr die nicht verpasst. Haut rein. Ciao.